Hallo liebe Leute, herzlich willkommen. Es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Dr. Hallinger. Wir kriegen immer ungemein viele Fragen zu Kotproben, wie die richtig verschickt werden sollen, wie viel Kot muss man sammeln, bei welchen Tierarten ist überhaupt eine Kotprobe sinnvoll, bei welchen nicht und so weiter und so fort. Und wir haben uns jetzt mal hingesetzt und haben euch dazu ein Video gemacht und euch möglichst viele Fragen zu beantworten. Und jetzt geht's los. Hallo liebe Leute, mein Name ist Paula Sapien und ich werde heute den Ablauf von der Kotprobe Schritt für Schritt erklären. Also viel Spaß beim Zuschauen. Warum ist überhaupt eine Kotprobe nötig? Tiere haben sehr häufig Parasiten. Bei der Kotuntersuchung weisen wir vor allem die Endoparasiten nach, also die Parasiten im Inneren eines Wirtes, die sich im Magen-Darm-Trakt befinden. Ein hochgradiger Befall von Parasiten kann zu schwerwiegenden Krankheitsanzeichen führen. Insbesondere sind Reptilen davon betroffen, da bei denen nicht immer die äußerlichen Anzeichen sichtbar sind und die Infektion unbemerkt bleibt. Wir empfehlen daher, zweimal jährlich eine Kotprobe untersuchen zu lassen. Dies variiert jedoch auch von Tierart zu Tierart. Dazu folgen noch spezielle Tierart-Videos. Das ist Pascal. Pascal hat gerade Kot abgesetzt. Wie ihr sehen könnt, ist Pascals Kot ziemlich dünnflüssig. Also wir sollten es am besten zu ExoMed schicken, um die Kotprobe untersuchen zu lassen. Ideale Versandsröhrchen sind handelsübliche Stuhlprobenbehälter, auch Kotröhrchen genannt. Diese besitzen einen auslaufsicheren Verschluss und außerdem erhalten die einen Löffel, womit man die Kotprobe einführen kann. Diese bekommt ihr in Apotheke oder online, wo ihr die in größeren Mengen kaufen könnt, damit man immer eins parat hat. Ein zweites Gefäß als Ummantelung stellt die sicherste Verpackungsmethode dar. Bei kleineren Reptilien könnt ihr auch Eppendorf-Röhrchen benutzen. Bitte stellt sicher, dass die Röhrchen richtig geschlossen sind. Am besten fügt ihr das Eppendorf-Röhrchen in einen größeren, ebenfalls auslaufsicheren Gefäß hinzu. Bitte lässt die Kotprobe möglichst frei von Beimengungen wie Bodensubstrat, Einstreut, Zellstoff oder Orat, also der kristalline Anteil des Urins bei Reptilien, da diese die Untersuchungen erschweren und sogar verfälschen können. Wenn ihr wie ich Probleme mit einem Sammellöffel habt, könnt ihr ebenfalls eine Pinzette benutzen. Aber bitte nicht die Futterpinzette, wir wollen ja eine Reinfektion vermeiden. Wie voll darf die Probe sein? Das Röhrchen ist maximal bis zur Hälfte zu füllen. Bitte nicht voll machen, das macht bei uns eine ganz große Sauerei. Hier zeigen wir einige Gefäße, die gar nicht geeignet sind. Dazu gehen wir auf Instagram bestofkodeproben in den Story-Highlights anschauen. Es handelt sich um Gefäße, die nicht auslaufdich sind, die schwer um die Kotprobe zu entnehmen sind oder auch nur aus ungeeignetem Material gemacht sind, wie zum Beispiel Glas, das beim Versand sehr schnell kaputt gehen kann. Auch wenn dies lustig erscheint, erschweren uns die ungeeigneten Gefäße die Arbeit und manchmal ist die Kotprobe gar nicht mehr zu gebrauchen. Die Kotprobe sollte möglichst frisch sein, da viele Parasiten beim Eintrocknen des Kots sterben. Es sollte also nicht älter als drei Tage sein, bevor es versendet wird. Um ein Austrocknen der Probe zu verhindern, empfiehlt es sich, wenige Tropfen Leitungswasser zuzufügen. Richtig verschlossen? Dann könnt ihr die Probe in eine Plastiktüte verpacken. Bitte beschriftet auch die Kotröhrchen, vor allem wenn ihr verschiedene Proben habt. Es sollte auch für jedes Tier ein Einsendeformular verschickt werden. Die Einsendeformulare befinden sich in unserer Homepage, die wir euch in Videobeschreibung verlinken werden. Für die Einsendung besonders wichtig sind die eindeutige Kennzeichnung der Probe und die Angaben von Patientendaten, wie zum Beispiel Tierart, Rasse, Alter, Geschlecht, Kennzeichen oder Namen des Tieres. Achtet darauf, dass ihr eure E-Mail richtig und leserlich schreibt, sowie die Telefonnummer. Ansonsten können wir euch nicht kontaktieren, wenn die Befunde fertig sind. Dann habt ihr noch verschiedene Optionen, wie wir euch die Befunde und die Rechnung zukommen lassen sollen. Bitte kürzt dies an. Bei A des Probenmaterials wäre in diesem Fall die Kotprobe. Außerdem bitte nicht vergessen unten rechts zu unterschreiben. Die wichtigste Untersuchung bei Reptilien und Amphibien ist die normale Kotuntersuchung. Diese findet ihr im Einsendeformular unter Parasitologie und allgemeine Verfahren zum Parasitnachweis. Hier wird die Reptilienprobe mikroskopisch untersucht. Dafür werden bei uns zwei Verfahren beim Reptilamphib angewendet. Die native Kotuntersuchung bzw. das Flotationsverfahren. Dies werden wir in einem weiteren Video erklären. In Exomet bieten wir verschiedene Verfahren zum Parasitennachweis an. Bei Fragen bitten wir euch, sich einfach telefonisch zu melden, um zu klären, welches Verfahren für eure Tieren sinnvoll ist. Am besten könnt ihr einen gepolsterten Umschlag verwenden. Alternativ könnt ihr auch so einen Plastikumschlag oder sogar ein Päckchen verschicken. Vergisst nicht, die Absenderadresse auf den Umschlag zu schreiben und ausreichend zu frankieren. Idealerweise benötigt die Post ca. 1-2 Werktage, bis die Kotprobe bei uns im Labor einkommt. Eine Kühlung ist nicht notwendig. Außerdem müsst ihr den Umschlag als freigestellte medizinische Probe kennzeichnen. Dies bedeutet, dass es eine minimale Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Probe Krankheitserreger enthält. Also ihr könnt es ausdrucken und draufkleben oder wie ich auch draufschreiben, so wie hier gerade abgebildet. So, und dann sind wir schon am Ende angelangt. Ich hoffe, dass ihr was über Kotproben und deren Versand gelernt habt, dass ihr jetzt wisst, wie das Ganze funktioniert. Bitte folgt uns bei Instagram, bei Facebook sind wir und generell könnt ihr auch noch ein Feed zu euch in unserem Podcast reinhören. Die Links sind alle unten in der Beschreibung. Ansonsten lasst uns ein Like da, abonniert den Kanal. Das wäre super. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.